Tja liebe Leute, ein Willkommen zurück zu Terraria. Wir sind wieder da und wie ihr unschwer erkennen könnt, ja starten wir schon wieder an unserem Anfangspunkt und das finde ich echt ein bisschen scheiße, muss ich sagen, weil ich hab echt gedacht, ähm, boah ist doch scheiße. Ich hab wirklich gedacht, wir starten dort, wo unser Haus auch gebaut wurde und ich weiß auch nicht richtig, wie man, ähm, den Spawnpunkt verlegt, sodass wir, ähm, tja, sodass wir Glück haben und dann einfach immer dort spawnen werden. Ja, wir werden uns jetzt einfach mal hineinschleichen, wir werden jetzt einfach mal hier, ähm, einfach lang gehen und zu unserem Haus versuchen zu kommen, damit wir dort wieder weiterbauen können und weitermachen können. Ich finde das ein bisschen scheiße, muss ich sagen, äh, dass wir schon wieder hier anfangen müssen, jedes Mal, wenn wir speichern, beziehungsweise das Spiel beenden und wieder neu anfangen, dass wir denn hier jedes Mal spawnen, anstatt dort, äh, dort, wo unser Haus ist, ob wir dort schon alles eingerichtet haben und sonstiges. Ähm, vielleicht brauchen wir wirklich einfach nur ein Bett, um zu speichern, beziehungsweise um einfach mal den Platz dort sicher zu haben, aber ich kann's mir nicht vorstellen, ich weiß gar nicht, ob es sich überhaupt Betten gibt. Also, ich find's schon ein bisschen, ja, ich find's schon ein bisschen scheiße, muss ich sagen, aber ändern können wir es jetzt auch nicht, von daher müssen wir jetzt damit klarkommen. Ähm, ja, wir sollten am besten einfach mal so schnell wie möglich dort hingehen, weil uns verfolgen ganz, ganz viele Zombies. Und auf einmal leckt das auch hier gerade, ist auch extrem eklig gerade. So, naja, wir haben gerade einen Zombie gesehen, der hatte irgendwie so ein, sah aus wie so ein Astronauten-Zombie, aber, ähm, der hatte irgendwie, äh, so ein Klipper auf dem Kopf oder sonstiges, was es war. Es sah ein bisschen merkwürdig aus. Aber wir müssen eigentlich auch gleich angekommen sein, hier bei unserem, bei unserer Hood. Und dann schauen wir einfach mal. Ich hoffe, der greift uns jetzt nicht an so. Natürlich greift der uns an. So. Das Gute ist, wenn wir denn angekommen sind, dann müsste es eigentlich schon wieder hell sein, beziehungsweise, ähm, ja, nee, es wird immer dunkler. Okay, das ist auf jeden Fall scheiße, wir nehmen mal eine Facke in die Hand, damit ihr auch was seht. Weil bei YouTube ist das ja immer so ein bisschen, ja, man sieht's dann halt nicht so genau. So. So, dann müssten wir gleich da sein, theoretischerweise. Unsere Schwimmer haben wir eigentlich auch noch an. Uiuiui. So, dann müssen wir hier noch runter, dann müssen wir da sein. Ja, uh, da ist es doch schon. Ich find's wirklich ein bisschen schade, dass wir jetzt wieder den ganzen Weg laufen mussten, um hier überhaupt herzukommen. Okay, machen wir einfach mal die Tür zu. Und schauen uns einfach mal an, was wir so bauen können, äh, Rope Coil. Könnten wir eigentlich mal machen, weil davon, wir haben genug von den Scheißdingern. Können wir uns einfach mal so ein paar Seile bauen. Die können wir, ja, Recall Portion. Ähm, T-Port you at home. Okay. Erhöht die Nachtsicht um vier Minuten Dauer. Die Nachtsicht, okay. Sprich, können wir denn besser sehen im Dunkeln? Was haben wir denn hier? Wie können wir das denn aufbrauchen? Verschwindet nach dem Sonnenaufgang. Lassen wir mal hier. Living Room. Kann platziert werden. Ne, das lassen wir mal noch. Das ist hier, äh, irgendeine Deko wahrscheinlich. Leaf Wand. Verbraucht Holz. Kann platziert werden. Okay. Lassen wir das auch nochmal. Dann haben wir hier eine Schnürsäckeklappe. Ist ausrüstbar. Ausrüstbar. Alter. Kann schon wieder hier nicht reden. So, dann machen wir die auch noch rein. So, dann hätten wir das. Dann können wir uns hier noch Flammenpfeile machen. Die brauchen wir aber jetzt so nicht, weil... Doch, wir haben ja eigentlich schon einen Bogen. Eigentlich könnte man die herstellen, aber... Ne, das lassen wir mal noch, weil wir brauchen die Fackel noch. Dann haben wir hier eine Star in the Bottle. Okay. Kann platziert werden. Achso, okay. Sieht so aus, dass es denn so eine, ja, Art Lampe ist. Petroleumlampe. Wenn ich das richtig sehe. So, ja. Eine Workbench haben wir hier unten leider nicht. Doch, haben wir hier. Das ist ja die Workbench. Aber ich wollte noch mal oben dann hingehen. Und wir wollten auf jeden Fall, ähm... Holz noch sammeln, weil wir noch die Wand weiterbauen wollten. Äh... Heute sieht nämlich bei uns relativ knapp aus. Beziehungsweise wir haben gar nichts mehr. So, und dann werden wir einfach mal... Alter, wie viele Flaschen wir haben. Das wäre echt krass. Wie viele Flaschen wir haben. Da klopft auch schon der erste an. Pfeile haben wir zum Beispiel überhaupt nicht. Die müssen wir uns mal craften. Domino-Pfeile. Fernschein, bla bla bla. Oh, ist ja geil. Mit Sterne. Können wir uns auch nochmal... Ich will eigentlich nur normale Holzpfeile haben. Okay. Der nervt. Ja, ist sein Ernst? Mensch, ihr kleinen... Blöden... Kack-Zombies. Dann sterb! Was ist er denn hier? Ist auch ein Zombie. Genau, da ist schon wieder so einer. Ha! Da ist schon wieder so ein Zombie mit... Äh... Ja, der hat irgendwie was auf dem Kopf. Den werden wir mal erledigen. Ich will echt mal wissen... Zombie-Banner. Okay, geil. Ich will mal wissen, was der... Was hat denn der so? Also, was macht ihn... Was macht ihn so geil? So, die müssen jetzt hier dran hopfen. Hüpfen. Das ist eigentlich voll geil. So, der Spot, den kannst du dir alle metzeln. Ich will mal wirklich wissen, was der so droppt. Ey, die können uns hier nicht, sonst ist es richtig geil. Können wir die schön kaputt machen? Müssen wir bloß aufpassen, dass der von hinten uns nicht gleich killt. Den werden wir dann aber auch noch gleich, ähm... Angreifen. Aber ich würde erstmal gerne diesen ekligen Zombie... Müssen wir den erstmal da auch machen. Okay, gut. Der ist runtergejumpt. Das ist schon mal sehr gut. So, wir müssen schnell hinterher. Ich will den nämlich killen. Ich will mal gucken, was der hat. Ach so, der hat also einfach nur so einen Glibber auf dem Kopf. Okay, gut. Also, ja gut. Holzfälle haben wir gekriegt. Sehr gut. Okay, der kommt hoch. Aua. Ich finde es so krass, dass sie überall hochhüpfen können. Oh, ne, ein Auge. Nein. Nicht dadurch. Ey, wenn das... Nein, das Auge soll hier nicht durch... Nein. Ich hasse die Augen. Ich hasse die Augen. Ich hasse die Augen. Ach, gut. Scheiße. Können wir den... Können wir die unten von unten... Können wir die so unten abschließen? Geil. Sehr geil. Können wir so richtig abknallen von oben. Immer ein Header geben. Okay, jetzt haben wir leider keine Pfeile mehr. Nicht so schlimm. Dann sammeln wir uns einfach wieder welche ein. Und... Schießen einfach mal weiter. Oh, du scheiß Auge. What the scheiße. Svenny, du darfst sterben. Oh, oh, oh. Alter, das wird hier richtig knapp. Ich sag's euch. Oh, lol. Geil. Geil, geil. Oh, schön... Schön kaputt gemacht hat er den. Okay. Ja, ich hoffe, es wird jetzt mal wieder hell, weil... Ich hab keinen Bock. Jetzt wird's endlich wieder hell. Jetzt wird doch wieder... Es... Nein! Scheiße. Komm, geh tot. Ey, wir brauchen auf jeden Fall ein besseres Schwert, weil... Ey, das ist so ein Kackschwert hier. Dieses Anfängerschwert. Das hat gar keinen... Ja, das macht gar keinen Spaß, damit zu spielen. So, jetzt haben wir da oben noch ein Auge, ja. Und das Auge, das müssen wir noch irgendwie down kriegen. Also nicht, dass wir sterben, aber irgendwie müssen wir da das scheiß Ding da oben down kriegen. Und ich glaube... Also, wie sollen wir das down kriegen? Wir verletzen uns doch selber, das kommt doch nicht weiter runter. Komm, wir machen mal die Tür auf, dann kannst du da vielleicht noch reinfliegen. Was machst du denn? Kommst du runter? Ey, das ist doch doof. Ohne Witz. Jetzt haben wir hier so ein scheiß Auge, was festgebackt ist, aber... Ja, das dauert jetzt bestimmt ein bisschen, müssen wir da down haben. Bap. Alter, ist das behindert. Ich weiß auch nicht, wie wir das anders... Ey, Leute, wir sind dumm. Ja, haben wir noch. Wir haben ja noch Pfeile. Schießen wir das scheiß Ding einfach kaputt und fertig ist, ey. Halten uns hier nicht noch unnötig auf. Ohne, da kommt auch schon wieder der nächste Freund. Och, Mensch, die nerven, ey. Die nerven, die nerven. Nein, mach hinne. Ha. Uh, das war knapp. So, wir müssen jetzt sehr schnell erstmal Holz farmen gehen. Dann würde ich einfach mal... Ich würde dann auch nochmal vorschlagen, wir müssen irgendwie gucken, wie wir unser Unternschlupf hier machen. Damit wir das einfach mal speichern, dass wir einfach mal... Das wäre einfach mal viel besser. Hier unten haben wir noch genug Steine und da haben wir noch ein paar Pots. Die machen wir dann ja gleich kaputt. Wir gehen erstmal Holz hacken. Und dann werden wir unser Holzhaus, Baumhaus eher gesagt, ähm, weiter bauen. Und, und, äh, einen schönen Raum machen für unsere weiteren Kollegen, die dann noch irgendwann kommen werden. Da müssen wir aber auch erstmal ein paar Aufgaben erledigen, damit das überhaupt funktioniert, dass die überhaupt kommen. So, und dann müsste ich erstmal gucken, wofür brauchen wir überhaupt Eicheln? Wofür werden die verwendet? Das würde mich auch gerne mal interessieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, gleich kommt wieder ein Slimy. So, perfekt. So, haben wir erstmal... Erstmal Holz haben wir, das ist schon mal gut. Reicht erstmal aus, denke ich mal. Also, es reicht jetzt erstmal aus für so ein bisschen. So, der kommt hier gerne noch hoch, der kann gerne mal jumpen. Aber was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, nee, das wollte ich doch jetzt gar nicht machen. Und, ach, Mensch, ey, Knobi, was machst du denn? Jetzt haben wir den Trank geused. So. Dann gehen wir jetzt hier runter, buddeln uns mal runter und gucken einfach mal, was da unten so ist. Hier haben wir noch ein paar Tots, wie gesagt. Und eine kleine Höhle. Und dann stellen wir einfach mal die Fackel hin. Silbermünzen gefunden. Hier ist sonst weiter nix. Ui, ui, ui. Hier ist ja eine Riesenhöhle. Spinnnetz gefunden. Sehr geil. Spinnnetz brauchen wir auf jeden Fall. Das werden wir dann auch noch weiter abfarmen. Hier haben wir... Was ist das denn? Rubin. Alter, geil. Geile Scheiße. Direkt mal Rubin gefunden. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber Rubin ist wertvoll. Im Real Life. Und geile Scheiße. Wir haben einen Herzcontainer gefunden. Damit können wir uns dann unsere erste Frau craften. Wir haben unseren ersten Lebenskristall erhalten. Dort unten glänzt auch noch was, wie man hier sehen kann. Ey, sehr nice, muss ich sagen. Fackeln können wir hier mal abbauen. Wir brauchen ja nicht 80 Fackeln zu stehen haben. Also haben wir erstmal... Ist echt geil. Dann haben wir hier... Guck mal, jetzt haben wir noch ein paar Spinnnetz bekommen. Und Rubine. Ey, das kann echt nicht besser laufen gerade. Muss ich echt sagen. Echt geile Sache. So, dann craften wir uns einfach mal hier so eine Treppe. Damit wir hier nochmal hochkommen. So. Und dann machen wir mal das ganze Spinnnetz hier ab. Perfekt. Perfekto. Also echt genial, muss ich sagen. So, die Dinger, die können da bleiben eigentlich. Die kann man ja nicht aufheben. So, perfekt. Dann können wir jetzt erstmal in unseren Unterschlupf gehen. Herzcontainer haben wir auch. Eigentlich müsste dann die erste Frau kommen. Beziehungsweise der Doktor. Der müsste dann kommen und der könnte dann dort oben einziehen. Ich weiß aber nicht, ob das Zimmer dann so gut ist. Okay, gucken wir einfach mal, was wir hier noch machen können. Dann haben wir hier zum Beispiel Fackeln. Ist klar, rote Fackel. Okay. Wir machen einfach mal hier dieses Tool auf. Das ist am besten. Geht viel schneller. Petroleumfackel können wir machen. Mit. Okay, gut. Petroleumfackel ist ganz easy einfach zu bauen. Dann gucken wir. Oh, wir können uns jetzt zum Beispiel. Wood Fishing Pool. Ne, das brauchen wir noch nicht. Wooden Fans. Zäune kann man anstecken. Ist ja geil. Zäune kannst du auch bauen. Ich wollte aber gucken. Ich wollte eine Holzwand bauen. Genau. Da bauen wir uns einfach mal extrem viele. Weil wir brauchen extrem viele. So, das müsste reichen. Und dann können wir dort nach oben gehen. Und können dort weitermachen. Das werden wir dann alles noch hier sauber ausbauen. Und dann pflanzen wir hier erstmal unsere erste Wand hin. Was haben wir denn hier? Ein Zombie-Banner. Kann platziert werden. Genau. Den wollte ich dann auch nochmal irgendwo hin machen. Den haben wir hier eingesackt. Und dann können wir hier jetzt.